Heute im Make-Ris-Näh-Lexikon, V wie Versäubern. Die einen sagen, es nervt fürchterlich, die anderen finden es essentiell, das Versäubern. Doch was ist das eigentlich? Ziemlich einfach ist das. Es ist einfach eine Maßnahme, die ihr unternehmt beim Nähen, damit eure Stoffkante nicht ausfranst. In der Regel ist das ein ganz, ganz einfacher Zickzackstich, mit dem ihr über eure Stoffkante an euren Schnittteilen einmal drüber geht. Und dabei näht ihr so in einem Zickzack, dass eure Nadel einmal in den Stoff und dann neben den Stoff sticht. Und wieder zurück, in und daneben und in und daneben. Und so in diesem Zickzack geht ihr um euer ganzes Schnittteil drumherum und so ist die Stoffkante dann versäubert. Und sieht einerseits ein bisschen sauberer aus, als wenn sie offen ist und kann andererseits nicht mehr ausfransen. Und da geht es hauptsächlich um Webwaren, denn Webwaren haben nun mal diese Eigenschaft, wenn man sie schneidet, dass sie dann ausfransen können. Und das kann langfristig so weit gehen, dass wenn eure Kante, eure Stoffkante neben einer Naht, vielleicht sogar sehr nah neben einer Naht liegt und ausfranst, dass sogar diese Naht sich lösen kann. Und um das zu verhindern, wird eben versäubert. Es gibt tatsächlich Stoffe, die überhaupt nicht versäubert werden müssen. Das ist zum Beispiel bei Jersey so. Jersey als Maschenware hat ja eine ganz andere Struktur als eine Webware. Und dementsprechend, wenn ihr da eine Kante mit einer Schere anschneidet, wird sich nicht so schnell einfach ein Faden rausziehen oder rausfransen, weil die Maschen ineinander verschlungen sind. Jerseys könnt ihr also ganz getrost einfach offen lassen und braucht sie überhaupt nicht versäubern. Wenn ihr allerdings mit einer Overlock arbeitet, dann macht ihr das quasi automatisch. Da macht ihr auch nichts falsch. Also ihr könnt es lassen, aber ihr könnt es auch einfach machen und es sieht vielleicht noch ein bisschen besser aus. Ich muss selber zugeben und ihr habt es hier im Nähcafé vielleicht auch schon gesehen, ich bin jetzt nicht unbedingt sehr konsequent im Versäubern. Viele andere Näher und Näherinnen sind da wirklich sehr viel sorgfältiger und versäubern wirklich jede einzelne Kante ihrer Schnittteile. Ich denke, man kann ein paar Kompromisse machen. Es gibt Kanten, die müssen auf jeden Fall versäubert werden und das sind alle Kanten, die sichtbar sind, auch auf der linken Seite. Wenn ich mir zum Beispiel so eine Bluse wie diese hier nähen würde, dann würde ich meine ganzen Stoffkanten, die auf der Innenseite liegen, natürlich versäubern, weil wenn ich die Bluse trage und sie sich an mir bewegt, ich mit meinem Körper diese Stoffkanten ausfransen könnte. Und das könnte halt früher oder später erstmal nicht gut aussehen oder dann eben bis auf die Naht runterfransen. Das will ich nicht, deswegen würde ich hier auf jeden Fall versäubern. Bei anderen Projekten, wo meine linke Seite auch die innenliegende Seite ist, müsst ihr aufpassen, links ist nicht immer gleich innenliegend. Innenliegend ist, wenn ihr am Ende wendet und mit einer Wendeöffnung das ganze Stück schließt, dann habt ihr alle Stoffkanten in der Regel innenliegend. Und diese Kanten werden kaum noch bewegt bei den meisten Stücken. Also da ist keine Reibung, die fransen nicht aus. Dementsprechend könnt ihr da auch gerne die Kanten mal offen lassen. Neben dem klassischen Zickzackstich an der Haushaltsnähmaschine habt ihr natürlich auch noch andere Möglichkeiten zu versäubern. Der Zickzack ist einfach der gängigste Anfängerstich, den wirklich jede Haushaltsmaschine kann. Dementsprechend wird der eigentlich am meisten verwendet. Aber wir haben auch schon mal einen Blick auf die anderen Arten zu versäubern geworfen. Und zwar in einem Video, was ich euch oben verlinkt habe, sechs Arten Stoffkanten zu versäubern. Und da seht ihr zum Beispiel, wie ihr das mit anderen Nähtechniken einfach machen könnt. Mit Nähten, wo quasi die Stoffkanten automatisch innenliegen. Wie ihr mit der Overlock versäubert, wie ihr teilweise überhaupt gar nicht versäubern müsst. Also welche Stoffe gar nicht versäubert werden müssen. Oder wie euch eine Zickzackschere helfen kann. Schaut da unbedingt mal rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.